so hier mal ein kleines zwischenupdate vom oral heute mal von dem sohn also ja mir letztes mal hier habe ich hier den in raum schön mit unterboden eingestrichen wenn man ja sieht sieht schon mal besser aus dämmt auch schon mal einiges was ich jetzt noch festgestellt habe wir hatten ja schon an den hinteren achsen mit den bremszylindern ein problem wie man ja was wir hier hatten hier unten mit dem zeug was daraus kam und das habe ich heute auch noch hier unten an der vorderachse festgestellt das heißt wir müssen tatsächlich alle radbremszylinder einmal tauschen was eine mordsmäßige aufgabe wird auf jeden fall ja der reife steht hier immer noch hinten rum der kommt aber jetzt am noch ende wieder da oben auf seiner vorgesehene halterung und jetzt werde ich dann hier mal anfangen schön mit der grün farbe das alles hier schön einzustreichen den boden rückwände und decke ja soweit erstmal hierzu und dann mache ich später weiter dann dann